Hey Leute! Ihr werdet gleich die teuersten und einzigartigsten Uhren der Welt sehen. Wie wäre es mit einem Octopus oder einem Drachen auf eurem Zifferblatt? Ihr solltet euch auch diese Uhren ansehen, die von einem echten Bukati-Sportwagen und sogar einem alten Flugzeug inspiriert wurden. Und wer viel reist, wird die Uhr mit 24 Zeitzonen zu schätzen wissen. Für den Fall, dass ihr ein paar Millionen Euro übrig habt, findet ihr alle Links zu den Produkten in der Beschreibung unten. Diese Uhr ist in jeder Hinsicht raffiniert und einzigartig. So hat sie anstelle des traditionellen flachen Zifferblatt diese extrem auffälligen Kuppeln, die die Stunden und Minuten anzeigen. Der gesamte Mechanismus ist mit einem Gehäuse aus Saphirglas abgedeckt und der Aufzugrotor mit der Streitachs besteht aus Gold und Titan. Sowohl der Rotor als auch die Kuppeln sind mit Super Noninova beschichtet, das für ein schönes Leuchten im Dunkeln sorgt. Und hier ist noch ein Geheimtipp. Wenn du etwas Licht auf die Metallkrone wirfst, projiziert sie die berühmte Streitachs der Marke. Insgesamt verfügt das Accessoire über fast 300 Details und 36 Juwelen. Die Uhr ist in den Farben Blau, Lila und Turkis erhältlich. Übrigens gibt es von jeder Farbe nur 10 Stück auf der ganzen Welt. Du brauchst also etwa 130.000 Euro, um eine zu bekommen. Ist das eine Uhr oder ein außerirdisches Raumschiff? Mit seiner ungewöhnlichen Form, der Doppelunruhe und dem Planetendifferential ist dieses Accessoire tatsächlich von der Retro-Luftfahrt inspiriert. Das atemberaubende Gehäuse kombiniert Saphirglas und Titan mit Rot und Weißgold. Darüber hinaus enthält dieses Ding über 50 Steine und 300 Komponenten. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Uhren ist das Zifferblatt hier vertikal angeordnet. Super Luminowa Highlights machen es auch im Dunkeln gut lesbar. Dank einer speziellen 3D-Dichtung ist die Uhr vollständig wasserdicht. Allerdings stehen Leute, die 380.000 Euro für eine Uhr bezahlen, nicht wirklich im Regen. Es gibt einen Haufen verschiedener Farben zur Auswahl, aber sie sind alle sehr selten. Diese Oktopus-Uhr ist ein Unikat. Das prächtige Meerestier wird von Hand graviert, sodass die Herstellung mehr als 3 Monate dauert. Das nächste, was dir auffallen wird, ist der rotierende Diamant mit einem unglaublichen 288-Fazessenschliff. Und auf der anderen Seite befindet sich eine kleine, sich drehende Weltkugel. Die Uhr verfügt außerdem über ein Turbulon mit 3 Achsen, ein Rosé-Goldgehäuse und 42 Steine. Das Millionen-Euro-Preisschild sollte dich also nicht überraschen. Diejenigen Millionäre, die auf Fantasy-Filme stehen, würden sich wahrscheinlich die Drachen-Version zulegen. Alle Merkmale sind im Grunde genommen gleich, bis auf das Zifferblatt. Bei dieser Uhr ist es komplett mit Baguette-Diamanten besetzt. Der Drache selbst ist aus Rosé-Gold und seine Augen sind aus roten Rubinen. Und hier ist der kaiserliche rote Drache. Der einzige Unterschied ist wahrscheinlich die Farbe, aber das ist wirklich eine große Sache. Beide Farbvarianten werden von Hand bemalt, was etwa 40 Stunden dauert. Du weißt ja, reiche Leute haben ihr eigenes Spielzeug. Während die meisten Uhren in diesem Video so viel kosten wie ein Supercar, wurde diese Uhr tatsächlich von einem Supercar inspiriert. Jacob & Co. hat es in Zusammenarbeit mit Bukati geschafft, den 16-Zylinder-Motor in einem Zeitmesser nachzubauen. Die Bewegung der Kolben ist unglaublich realistisch und es waren fast 600 Details nötig, um dies zu erreichen. Und neben dem Motor hat die Uhr auch ihre eigenen Stoßdämpfer und Auspuffanlagen, die Kronen. Das geneigte fliegende Turbulon ist ein weiteres unglaubliches Detail, das du in keinem Auto finden wirst. Der Preis für die Basisversion liegt bei etwa 235.000 Euro. Und wir sagen Basisversion, weil sie nicht mit Baguette-Diamanten auf dem Gehäuse ausgestattet ist. Das kostet dich zusätzliche 400.000 Euro. Darüber hinaus gibt es noch diese fantastische Version mit Saphirglas, die über eine Million Euro kostet. Die Uhr kostet buchstäblich die Hälfte des Preises des aktuellen Bugatti Chiron. Bei diesem Preis sieht das Kautschuk-Armband irgendwie lächerlich aus. Es sollte wenigstens aus Drachenhaut sein. Eine weitere Uhr aus der Bugatti-Reihe ist das Modell Twin Turbo. Der Mechanismus mit doppeltem Turbulon mit drei Achsen und einer Minutenrepetition besteht aus über 800 Teilen. Die Zeitanzeige ist eindeutig von Boxentafeln inspiriert und passt zur gesamten Sportwagen-Ästhetik. Und die Gangreserveanzeige ist mit 300 plus beschriftet, um den Geschwindigkeitsrekord von Bugatti zu feiern. Die meisten Uhren zeigen dir die Zeit und vielleicht das Datum an. Aber dieser unglaubliche Zeitmesser geht weit darüber hinaus, denn er verfügt über vier verschiedene Zifferblätter. Das erste Gesicht ist ein schlichtes Zifferblatt mit ewigem Kalender und fliegendem Turbulon. Dann drehst du das Gehäuse um, um das zweite Zifferblatt zu entdecken. Es zeigt ebenfalls die Zeit an, aber auf eine andere Art und Weise. Die sogenannten springenden Stunden zusammen mit einer läutenden Minutenrepetition. Sie spielt je nach Uhrzeit unterschiedliche Melodien. Schau dir an, wie es bei einer Stunde und fünf Minuten klingt. Ein weiteres Zifferblatt ist direkt im Gehäuse versteckt und das vierte befindet sich auf der Rückseite der Uhr. Sie sollen dir die Mondzyklen und Phasen auf die schönste Art und Weise zeigen. Aber für 1.350.000 Euro könntest du wahrscheinlich zum Mond und zurückreisen. Diese Uhr von Louis Vuitton soll dich daran erinnern, dass jeder Moment zählt. Und das macht sie mit diesem goldenen Totenkopf, der Schlange und der kleinen Sanduhr sehr deutlich. Der Schlangenkopf auf dem Gehäuse funktioniert als Knopf, der den gesamten Mechanismus aktiviert. Die Schlange auf dem Zifferblatt bewegt ihren Kopf und Schwanz und verrät so die Uhrzeit, während der Totenkopf seinen Mund öffnet. Dann siehst du die berühmten Worte von Horas, Kapiedien oder Nutze den Tag. Diese wichtige Erinnerung kostet dich 400.000 Euro. Aber natürlich wird jedes einzelne Detail von Hand graviert und emaliert. Und das Gehäuse aus Rotgold ist auch nicht gerade billig. Diese Uhr von Hublot ist etwas schlichter, aber trotzdem ziemlich beeindruckend. Zumindest besticht sie durch ihre extravagante, geschwungene Form. Das Gehäuse ist natürlich aus Gold, aber es hat etwas Besonderes an sich. Hublot hat eine eigene Legierung namens Magic Gold entwickelt. Sieht wirklich schön und warm aus. Abgesehen von der goldenen Version gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Farben und Materialien. Schwarzer Carbon, der King Gold Regenbogen und viele, viele mehr. Außerdem verfügt die Uhr über einen einzigartigen Endlosschraubenmechanismus, der eine Gangreserve von 14 Tagen gewährleistet. Du kannst die verbleibenden Tage direkt auf dem Zifferblatt ablesen. Gleichzeitig hat sie ein Kautschukarmband, ein mutiger Schritt für eine Luxusuhr. Sie ist außerdem wasserdicht, sodass du sie auch beim Training tragen kannst. Der Preis für diese Uhr liegt bei etwa 90.000 Euro. Das ist doch relativ erschwinglich. Und diese Uhr wurde wahrscheinlich für Gamer gemacht. Auf den ersten Blick sieht sie ziemlich traditionell aus. Das Gold, die Diamanten und all das. Aber jetzt kommt das Coolste. Sowohl das Zifferblatt als auch die Diamanten ringsherum leuchten im Dunkeln in verschiedenen Farben. Fast wie die AGB-Beleuchtung in deinem PC-Zubehör. Nur dass dieses Ding 180.000 Euro kostet und nur 8 Leute es haben können. Wenn du auf der ganzen Welt Geschäfte machst, muss deine Uhr mehr als nur eine Zeitzone anzeigen. Deshalb verfügt diese Uhr über eine Universal-Zeitanzeige mit 24 Städten. Von Dubai bis Tokio. Außerdem gibt es ein großes Hauptzifferblatt und ein rotierendes fliegendes Turbulon, das die Sekunden anzeigt. Dieses Turbulon ist doppelseitig, sodass die Rückseite nicht weniger beeindruckend ist. Darüber hinaus verfügt die Uhr über eine Mondphasenanzeige, die sich ebenfalls dreht. Dank des luminisierenden Materials sieht sie im Dunkeln besonders gut aus. Beim Gehäuse kannst du zwischen zwei Optionen wählen. Rotgold oder transparentes Saphirglas. Wenn du es von der Seite betrachtest, hat es diese schöne Neigung. Diese Schönheit kostet dich etwa 330.000 Euro. Und wie wäre es mit einem ganzen Planetarium an deinem Handgelenk? Das ist der eigentliche Name dieser Uhr, die unser Sonnensystem abbildet. Allerdings nicht alle Planeten. Die Herrenversion umfasst 6 Planeten, die Damenversion nur 3 plus den Mond. Auf der anderen Seite hat die Damenuhr viel mehr Diamanten. Aber was wirklich cool ist, jeder Planet ist mit seiner eigenen Scheibe verbunden und bewegt sich in seinem eigenen Tempo. Das bedeutet, dass die Venus eine volle Umdrehung in 224 Tagen macht, während Saturn 29 Jahre dafür braucht. Okay, aber wie kannst du die Zeit bestimmen? Schau dir einfach die Sternschnuppe an. Sie ersetzt den normalen Stundenzeiger. Das Männermodell hat einen weiteren Stern auf dem Zifferbleib eingraviert. Der ist für deinen Glückstag. 200.000 Euro. Mehr brauchst du nicht, um einen Haufen Planeten zu kaufen. Schauen wir uns einen anderen Totenkopf an. Obwohl er ein Zeichen des Todes ist, sieht er dank dieser Regenbogenpalette ziemlich optimistisch aus. Das Zifferblatt ist vollständig mit einer Vielzahl von mehrfarbigen Edelsteinen bedeckt und die Superluminova-Beschichtung leuchtet in verschiedenen Farben. Im Inneren des Schädels befinden sich über 300 goldene Stifte und die Kiefer, die ebenfalls goldig sind. Der Preis von 100.000 Euro klingt also im Vergleich zu anderen Uhren recht vernünftig. Hier gibt es keine Stunden- und Minutenzeiger. Die Zeit wird durch eine spezielle Flüssigkeit angezeigt, die im Inneren der Röhre fließt. Und die Sekunden und die Gangreserve werden direkt in den Augen angezeigt. Dieses Modell von Jacob & Co. heißt nicht umsonst Billionaire. Der tatsächliche Preis ist schwer zu sagen, aber es wird gemunkelt, dass er bis zu 15 Millionen Euro liegt. Das macht sie zu einer der teuersten Uhren der Welt. Abgesehen von dem unglaublichen Mechanismus und den Turbelorn ist dieses Ding einfach nur mit Diamanten vollgestopft. Sie sind überall auf dem Gehäuse und im Armband zu finden, und zwar die sogenannten Ashoka-Diamanten, die extrem selten sind. In dieser Uhr stecken etwa 200 Karat. Das Armband ist komplett aus Weißgold und dann gibt es noch einen riesigen Diamanten, der als Krone dient. Diese Uhr ist nicht nur eine limitierte Auflage, sondern ein echtes Unikat. Wir würden den Namen des Besitzers nie erfahren, wenn Floyd Mayweather nicht auf Instagram damit geprahlt hätte. Wenn du die Billionaires-Uhr unbedingt haben willst, gibt es eine weitere Version, die auf 18 Stück limitiert ist. Sie ist immer noch super teuer, aber hier ist der Trick. Der Preis dieser Uhren steigt jedes Jahr um etwa 7%. Das sind 1,1 Millionen Euro. Es ist also keine Geldverschwendung, sondern eine kluge Investition.